Meghan Markle und Prinz Harry scheinen uneins zu sein, wenn es um ihre Weihnachtspläne geht. Berichten zufolge fällt es ihnen schwer, in dieser Angelegenheit einen Konsens zu erzielen. Berichten zufolge drängte Harry Meghan, ihren Stolz beiseite zu legen und darüber nachzudenken, die Feiertage in England zu verbringen. Im Idealfall stellt sich Harry vor, dass die Sussexes Zeit mit seinen Cousins, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, sowie deren Familien verbringen. Außerdem hofft er, dass sie König Charles einen Besuch abstatten können, damit der Monarch endlich Lili betreffen kann. Der Seder, der Harrys Weihnachtshoffnungen teilte, erwähnte den potenziellen Nutzen aus BR-Sicht, da dadurch ihre sichtbaren Verbindungen zur Monarchie aufrechterhalten und sie marktfähiger gemacht würden. Das Paar scheint jedoch nicht in der Lage zu sein, eine Einigung zu erzielen, und Berichten zufolge nehmen die Bedenken zu, je näher Weihnachten rückt. Trotz der Meinungsverschiedenheiten respektiert Harry Magans Entschlossenheit, nicht von ihrer Haltung, etwas Abstand zur königlichen Familie zu wahren, abzuweichen, der sie Wert darauf legt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das Paar hat Einladungen erhalten, Weihnachten entweder mit Harrys engem Freund oder Magans neuen Hollywood-Freunden zu verbringen. Harry und Meghan wurden zusammen mit ihren Kindern Archie und Lili beteingeladen, sich über die Feiertage der Familie von Charlie van Straubensee anzuschließen. Charlie ist nicht nur Harrys bester Freund, sondern auch Archies Pate, und ihre Beziehung ist in letzter Zeit stärker geworden. Inzwischen haben die Sussexes mehrere Einladungen für die Feiertage von ihren Freunden in den USA erhalten, wobei David Foster eine Einladung für sein verlängertes Weihnachtswochenende ausgesprochen hat. Bei der endgültigen Entscheidung, wo Weihnachten gefeiert werden soll, scheint jedoch weiterhin eine Part-Situation zu bestehen. In entsprechenden Nachrichten wurde Prinz Harry wegen seiner respektlosen und unangenehmen Handlung gegenüber der königlichen Familie kritisiert. Kommentator Richard Eden brachte dieses Problem in seinem wöchentlichen Newsletter von MailPlus ans Licht. Er schlug vor, dass Omid Scobie, ein bekannter königlicher Kommentator, möglicherweise eine Pro-Sas-Six-Agenta verfolgt, da er sich auf die Sussexes als seine Essenskarte verlässt. Eden bemerkte, dass Meghan und Harry die Auswirkungen ihrer Behauptungen während des Interviews mit Oprah Winfrey kannten und beabsichtigten, dass sie bei der königlichen Familie verweilten. Dies hat dazu geführt, dass die königliche Familie nicht in der Lage war, angemessen auf die Vorwürfe zu reagieren, und insbesondere Kessrin in Bedrängnis gebracht hat. Trotz aller Herausforderungen versuchen Kessrin und der Rest der königlichen Familie, aus der Situation herauszukommen, aber es bleibt eine schwierige Aufgabe.